In der erwarmungslosen Wildnis Alaskas Diese Kühltaschen, Cowboys. Im Leben ein Jahrhundert zu spät. Kämpft ein Mann um sein Leben. Er will nur seine Ruhe haben. Wer hat sie umgebracht? Das war Ben Corbett. Na dann können Sie ihn doch einfach verhaften. Er ist gefährlich. Wo der auftaucht, gibt's Ärger. Doch die Vergangenheit lässt ihn nicht los. Du würdest doch niemanden umlegen. Sie wollten mir doch mal einen Gefallen tun. Jetzt tut es mir leid, aber damit möchte ich nichts zu tun haben. Zwei Männer mit unterschiedlicher Vergangenheit. Wenn du mich wegpustest, dann kommst du hier nicht mehr lebend raus. Und deine Süße auch nicht. Gib mir den Mörder nach Fairbanks zu. Da gehst du. Hau ab, solange du noch kannst. Es geht um Recht und Unrecht. Wir können uns nur retten, wenn wir dafür sorgen, dass er eingesperrt wird. Um Leben und Tod. Vor dem Tod habe ich keine Angst. Aber ich will nicht ins Gefängnis. Wir schmieren ab. Ein gnadenloser Kampf beginnt. Spreng raus! Gegen die Natur. Ohne mich kommst du nie nach Hause, Partner. Wir sind keine Partner. Gegen einander. Ich habe Handschellen an und ich jage dir trotzdem eine Höllenangstlein, du Hosenscheißer. Bleib stehen! Ein Abenteuer am Ende der Welt. Das ist mein Land. Das ist die Matratus-Spinner! Arctic Blue 2 2 2 2 3